Tesla minus 17 Prozent, Palantir genauso minus 17 Prozent, Mercado Libre minus 25 Prozent, Square minus 28 Prozent. Das sind keine zufälligen Aktien. Das sind einige meiner größten Positionen im Wachstumsdepot. Es wurde die letzten Wochen so richtig hart verprügelt. 20 Prozent ging's runter. Und was mache ich? Nein, es ist mir komplett egal. Bis gerade jetzt wusste ich nicht einmal, wie tief meine Aktien überhaupt runter sind. Vor paar Tagen wurde ich gefragt, wie ich bei Kursverlusten ruhig schlafen kann. Wie bleibe ich cool, während mein Depot so richtig heftig abrauscht? Das verrate ich dir heute. Die Antwort ist der heilige Gral der Börse. Gib mir ein frühes Like, wenn du dir göttliches Börsenkarmer wünschst. Oder wenn du einfach nur meine Arbeit hier supporten möchtest. Danke dir. In der aktuellen Situation ist es extrem wichtig, cool zu bleiben. Sonst wirst du ein paar Jahre auf dein Depot blicken und dir denken, verdammt, warum habe ich es damals? Apropos Depot. Als Broker nutze ich XTB. Hier lagere ich einen Teil meiner Aktien. XTBs größte Stärke sind Auslandsaktien. Du kannst hier direkt an 16 internationalen Börsen handeln. Pubmatic und Globally Online sind nur direkt in den USA erhältlich. Und genau das bietet mir XTB zu günstigen Konditionen. Du suchst einen seriösen Auslandsbroker? Dann schau dir XTB unbedingt an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Heute erkläre ich dir eines der wichtigsten Börsenfolkskriterien. Dieser Fehler kostet Aktionäre unheimlich viel Geld. Du kannst die beste Strategie der Welt haben. Trotzdem wirst du Verluste erleiden, wenn du diesen einen Börsenfehler machst. Dieser eine Fehler ist aktuell extrem wichtig. Sehr viele beliebte Megatrend-Aktien sind heftigst abgerauscht. Ich kriege massiv Nachrichten, ob man jetzt noch verkaufen soll, um sein Geld zu retten. Die meisten Anleger scheitern an ihrem Bauch und nicht an ihrem Kopf. Sie haben die Bücher von Börsenexperten wie Warren Buffett, Gerd Kommer, Peter Lynch oder Dirk Müller rauf und runter gelesen. Es hakt also nicht an der Theorie. Sie hören viel zu sehr auf ihren Bauch und lassen sich verrückt machen. Inflation, Schulden, Ukraine-Konflikt, Zombie-Unternehmen. Ich könnte dir 100 weitere Punkte nennen, über die geheult wird. Interessiert mich alles nicht. Wie zur Hölle bleibe ich aktuell cool? Ganz einfach. Ich habe eine Strategie und bin mir der Risiken zu 100% bewusst. Du brauchst also nur zwei simple Punkte, um cool zu bleiben. Erstens, leg dir zuerst eine Strategie zurecht und zweitens, spiele dann die Risiken durch. Mach dir vorher klar, also bevor du investierst, was genau die Risiken sind. Eine Zombie-Apokalypse ist für dich ein legitimes Risiko? Dann spiele einmal durch, wie genau das dein Investment negativ beeinflussen würde. Wenn du wegen dem Gedanken an Zombies und den negativen Auswirkungen auf deine Aktien nicht ruhig schlafen kannst, bist du falsch investiert. Dein Kopf hat die richtige Strategie. Doch sie bringt dir 0,000, da dein Bauch komplett anders tickt. Du wirst voller Panik verkaufen, sobald die Zombies kommen. Obwohl du laut deiner Strategie eigentlich nachkaufen müsstest. Du musst bei deinen Investments Kopf und Bauch in Einklang bringen. Okay, eine Zombie-Apokalypse ist vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich. Nehmen wir ein etwas realitätsnahes Beispiel. Nehmen wir Tesla. Viele Anleger haben die Aktie mit To The Moon in beiden Augen gekauft. Ja, die Aktie hat ordentlich Zukunftspotenzial. Ich spekuliere bis zum Ende des Jahrzehnts auf einen Ten-Bagger, mindestens einen Five-Bagger. Doch wenn To The Moon in deinen beiden Augen steht, machst du was gewaltig falsch. In einem Auge sollte To The Moon stehen, im anderen die mögliche Pleite. Bevor du etwas kaufst, verinnerliche bitte den Worst Case. Dreh die Zeit ein Jahr vor. Frag dich, ob du damit klarkommst, wenn Tesla um 70% abstürzt. Elon Musk hat zu viel Gras geraucht und daraufhin Tesla verlassen. Die Chinesen haben ein Batterie-Geheimprojekt aus dem Hut gezaubert. Das klingt cool für dich? Dann passt das. Dir muss klar sein, dass du hohe Renditechancen durch hohes Risiko erkaufst. Deshalb ein Auge To The Moon und das andere To The Pleite. Gehörst du zu Leuten, die sagen, wird schon nichts passieren, klappt alles. Dann machst du einen gewaltigen Fehler. Ich verspreche dir, du wirst nicht mit Verlusten klarkommen. Jeder weitere rote Tag wird dich immer nervöser machen. Und dann, schwupps, eines Tages verkaufst du völlig frustriert und sagst, Börse ist ein Casino. Abzocke. Nun, die bösen Kapitalisten-Schweine kassieren fett ab. Wir armen Kleinanleger werden abgezockt. Sparbuch ahoi. Die Wahrheit ist, du ganz allein bist schuld. Du hast die Risiken völlig ausgeblendet. Spiele sie deshalb unbedingt alle durch. So bist du gut vorbereitet. Und ja, spiele ruhig eine Zombie-Apokalypse durch. Corona zum Beispiel hat niemand richtig vorhergesehen. Dann bist du auch auf schwarze Schwäne vorbereitet. Zurück zu Tesla. Du kommst mit den Risiken nicht klar? Dann ist die Aktie für dich ungeeignet. Dein Bauch wird dich finanziell ruinieren. Du wirst wegen der enormen Volatilität irgendwann aus Panik verkaufen. Das verspreche ich dir. Dafür brauchst du dich kein bisschen zu schämen. Das ist menschlich. Du bist ganz einfach ein ausgewogener oder defensiver Investor. Du hast vielleicht drei oder vier Katzen, um die du dich kümmern musst. Das ist eine große Herausforderung. Daran sind schon erfolgreiche Anwälte zugrunde gegangen. Der Bauch muss mitspielen. Kaufe dir ganz einfach defensive Aktien oder ETFs. Gewichte Tesla immer niedriger, niedriger und niedriger, bis du trotz Risiken ruhig schlafen kannst. Wenn du bei den Zombie-Apokalypse cool bleibst, sind Kopf und Bauch im Einklang. Dann hast du deine Risikoklasse gefunden. Also wo du nicht aus Panik unnötig verkaufst. So viel zur Theorie. Damit du alles besser verstehst, erkläre ich dir meine Gedanken mit meinem Portfolio. Wie setze ich das eben Gesagte um? Mein Wachstumsdepot ist Tesla und etwas klein gruscht. Meine Rendite kommt und geht mit Tesla. Das ist meine Chance und Risiko zugleich. Aktuell sind dort 28.000 Euro rum investiert. Bauch und Kopf müssen im Einklang stehen. Der Kopf ist meine Strategie. Ich bin langfristiger Investor. Ich bleibe investiert, solange das Unternehmen solide arbeitet und meine Fundamentalen Ziele erfüllt. Bei Tesla ist das extrem starkes Wachstum. Passt, da läuft es wie geschmierte Butter. Wie sieht es mit meinem Bauch aus? In meinem To-the-Moon-Auge sehe ich 10x bis zum Ende des Jahrzehnts. Im Risiko-Auge steht nichts geschrieben. Tesla kann um 70% abrauschen. Dann würde ich mal eben 20.000 Euro verlieren. Das ist absolut cool für mich. Ich musste für dieses Video sogar extra nachschauen, wie viel ich die letzten Wochen verloren habe. So wenig juckt es mich. Ob da paar Tausende wegfallen, ist mir komplett egal. Ich bin nicht auf dieses Geld angewiesen. Ich investiere bewusst hoch spekulativ. Hohe Rendite, aber auch hohe Risiken. Wo das Depot zerstört, ist das eben so. Mein Bauch ist darauf vorbereitet. Außerdem habe ich ein Dividendendepot und diese Immobilie hier. Ich habe mir die Wohnung gekauft, wo ich gerade drehe. Das gibt mir Sicherheit für meinen Bauch. Selbst wenn Tesla abstürzt, bin ich nicht ruiniert. Ich habe noch ausreichend defensive Investments. Das ist meine Risikoklasse. Damit kommt mein Bauch wunderbar zurecht. So kann ich ruhig schlafen. Ich habe eine kleine Hausaufgabe für dich. Gehe dein Depot durch und frage dich bei jeder Aktie, sind Bauch und Kopf cool mit diesem Investment? Dir hat das Video gefallen? Dann gib mir ein Like, wenn du das noch nicht erledigt hast. Abonniere meinen Kanal für mehr Finanztipps und denk dran.